Los, dann schraub mal. Ich schraube da. Wir sind sehr lockere Dinger. Irgendwie. Sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist super. Ich bin hellauf begeistert. Und jetzt fällt einer runter. Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Scheisshöl bald bin. Es ist nicht vorbei, bis die fatten Frau singt. Oh, sie wird singen. Vertraue mir. Ich bin sicher. Ich kann mal behaupten. Irgendwo da, wo du bist, ne? Also irgendwas hier. Also hier tut man nicht so. Ich auch nicht. Aber hier ist was. Ah, ich glaube mal 10. Warte mal. Was zuerst. Hallo. Bisschen aufpassen. Hallo. Das ist gleich eine Schelle. Sondern zum Klaps auf den Hinterkopf, ja? Weißt du Bescheid. Ah, ich glaube da oben könnten wir vielleicht raus. Meinst du, dieses gelb markierte Lüftungskill hat irgendwas damit zu tun? Es ist unaufhängig gelb markierte, ja, doch. Also das ist auf jeden Fall alles nicht sehr gut befestigt hier. Das finde ich sehr gut. So, riech an mir. Los, komm rein. Die sind Hunde. Ich hab Hallo gesagt. Hallo. So. So, ich bin drüben. Oh, okay. Hier müssen wir uns ja dünnen. Bauch einziehen. Und da vorne sind irgendwelche Wachen. Ich ducke mich mal. Duckeli, duckeli. Ich glaube hier geht's raus. Hier ist, hier ist eine Tür markiert. Ich warte mal kurz. Hallo. Hey, Leo. Oh, shit. Damn. Wir müssen die Tür öffnen. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Warte, warte, warte. Let's time it with the thunder. Okay. Okay, sure. Oh man, nein. Also ich bin so... Ich bin so weit. Nochmal! Da ist ja alles voll mit Wachen. Ich hätte das gedacht. Ausschalten. Ich schalte mal kurz. Kann wir den hier auch wegziehen? Nö, ne? Es ist nicht so wie bei Hitman. Der bleibt einfach mal stumpf liegen. Der ist das... Das fällt schon nicht weiter auf. Schreibt nochmal zu drüben. Ja, ja. So. So, oben der Typ ist weg. Haben wir hier nicht geteert erst? Haben wir ja. Alles schon wieder weg gewaschen. Es war ein scheiß Teer. So, wo... Dann wieder da hoch? Oder was? Warte. Komm schon, hier. Ja, ja. Entspann dich, entspann dich. Kollege. So. Na komm. Ich helfe dir da mal ein bisschen hoch, ne? Sehr nett von dir. Ja. Ja, so bin ich. So, die Wache drüben sehe ich nicht mehr. Nur noch gucken. Da ist jetzt... Ist hier keinen drin. Ja. Auf jeden Fall. Ist klar, ne? Gibt es hier irgendwie Alkohol? Guck, da steht Wein. Wollen wir noch einen Gleisen Wein trinken? Bier. Bier? Bier? Okay. Ah. Gut. Ich guck mal, wo wir hinwollen. Das wär doch mal was, oder? Was haben wir da noch? Hier du gehst, buddy. Mach Spaß da draußen. Was ein tolles Weg, um zu retten. Ähm. Was ist das hier? Ähm. Ach so, da kommen wir noch raus. Äh. Errungenschaft dafür. Das stimmt, die hab ich auch bekommen. Dankeschön. Ah, ich glaub, wir müssen da lang, wa? Ja, ich glaub, wir müssen da lang, wa? Oh? Wer sind die Gäste? Ich kann nicht erinnern, ich muss ein Gnoll. Wo sind sie? Im nächsten Stock? Oder noch eins runter. Ich guck mal, wer da unten ist. Das ist Zellenblock A, aber ich glaub, hier ist zu. Ja. Was? Wir müssen den Gang da lang. Ah, krank mich halt. Direkt hinter dir? Ah, da vorne sind die zwei Wochen, ja. Da geht's lang, ja? Ich hab keine Ahnung. Ach so. Ja, die krank mich halt so, da war ich schon mal. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht, ist zu? Okay. Gehen wir wieder zurück. Ähm. Ja vielleicht, nö. Lass' ich ausschalten? Geht mir doch aufzumachen. Ja, du musst... Nee, du musst zu mir, du musst zu mir. Heile. Mach den rechten. Geh weg! Geh nicht ein Muskel, Prisoner! Also, vielleicht war ich... Nee, keine Ahnung, war ich zu früh? Nee, ich... Keine Ahnung, hab ich schon angedannten vielleicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu nah hin. So, warte mal. Jetzt habe ich meinen Tracker. Du bist so weit? Okay. Ja, vielleicht war ich zu nah dran. Kann schon sein. Das ist die Tür. Schau auf die Spotschleine. So schnell ist das. Zum Turm gelangen. So, was ist jetzt das Spotlight? Ah, das da, okay. Guck dich mal da hinten dran, Achtung. Kommt vorbei. Ich glaube, wir müssen dann da runter, ne? So wie das ausschaut. Warte mal, der kommt wieder. Okay. Oh, er kommt. Okay. Uiuiuiuiui. Ganz schön hell hier. Ganz schön hell hier. Schnell. Äh, komm, wir müssen die Treppe nehmen, das ist ja nett. Oh, da kam noch mal was. Mal kurz beobachten, wo das jetzt lang geht. Einmal über uns drüber noch. Aber habt ihr die Treppe hier mit erwischt? Ne, ne? Dann geh ich mal da hoch. So. Schön leise. So, der ist alleine hier oben. Praktisch. Das ist aber, das ist aber praktisch, ja. So, schlaf schön, kleiner Schatz, schlaf schön. Können wir jetzt selber hier. Achso. Hä? Mach's wieder an, mach's wieder an. Also sollten wir es ausmachen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es war Geld. Hä? Ah, einfach mal ausgemacht. Geh mal, geh mal außen rum. Vielleicht können wir hier noch irgendwas tolles machen. Wir können das Weir benutzen. Wir brauchen nur etwas, um etwas zu schlafen. Ja, klar. Wo den Hüten? Kann man drüberhängen. Gucken, ob da drin irgendwas ist. Ein Bananenschal oder so. Ah. Ah. Das ist ja praktisch. So, ich hab was. Als ob das funktioniert. Natürlich nicht, aber... Verdammt. Das ist ziemlich hoch. Juhuuu. Höh. Ich bin da. Ich geh mal ein bisschen in Deckung. Shit! Ja, ja. Du hast es wieder verkackt. Was? Ich x und du kletterst. Ich xe. Ich xe. Ich xe. Du kletter. Oh Gott. Ich xe, wie ich noch nie ge xe hab. Kletter. Jetzt geht's ab. Au. Ach, was. Danke, Sherlock. Äh, oh. Und ab dafür. Lauf. Lauf. Lauf, August. Lauf. 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 Au, 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 au. Ich geh längst lang. He, he, he. Ei, ei, ei. Jetzt ist aber los hier. Jetzt ist mal los hier. Jetzt ist mal los hier. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft. You know, the back-to-back thing? Yeah, what about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Yeah. Seems like we really pissed him off. Oh, my God. We have to be careful. I'm not going back in. Wo gehen wir lang? Da lang? Inzempfinden. Wenn wir da hochkommen. Links war noch so ein anderer Weg. Aber, ah ja, auch gut. Das ist mir egal. Klettern macht eh mehr Spaß, ne? Wir hätten doch einfach, ja genau, wir hätten einfach den Weg da hochlaufen können, glaube ich. Und hopp. Ja, tschüss, genau. Hilf mir da mal hoch. Ja, mitten ins Gesicht im Stiefel. Oh, ich bin raus. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz raus. Oh, oh. Mal links durch den Busch. Oh. Busch, Busch, Busch. Meinst du, wir kriegen den? Oder wir verstecken uns einfach nur. Auf der Nächste. Ja, ja. Wenn der sich wieder wegdreht, könnten wir fort zum nächsten Busch gehen. Also aktuell sucht der gerade nicht, ne? Also nicht bei uns zumindest. Jetzt geht der rum. Da hinten, der kommt auch erst mal nicht. Da, la, 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 la. Und du so, ne? Ja. Ich gehe mal noch eins weiter. Na, der hat ganz kurz was gesehen unten. Oder dachte, er was gesehen zu haben. Soll ich mal versuchen, den auszunocken? Oder, ne, warte mal. Wir gehen einfach hier rüber. Wir sind an verschiedenen Stellen, oder? Kann das sein? Wir sind an verschiedenen Stellen. Keine Ahnung, wo du bist. Wo bist du denn? Busch. Ah, ne. Du bist hinter mir. Hallo? Du direkt wieder. Ja. Und zurück. La, la, la. Ich war das nicht. Sonst haben wir hier nämlich irgendwie ein bisschen freie Bahn und freie Luft. Der lag schon da. Genau. Der hat, hier, der hat gesoffen im Dienst. Das geht gar nicht. Die Luft ist ja so rein. Der nächste. Wo bist du? Da unten. Da vorne streuen da rum. Hallo? Ah, ich gehe wieder zurück. Meinst du, der kommt hier vorbei? Ja. Oder auch nicht. Nö. Aber den müssen wir auch kaputt machen. Geht weg? Ja, genau. So ist es brav. So, ich gehe einmal hier rüber. Gehst du rechts in den Busch rein? Ja. Ich bin hier drüben. André kommt runter. Wir müssen die aber, glaube ich, gleichsteck dann ausknocken, ne? Wenn wir die ausknocken wollen. Du hast da hinten den kaputt gemacht? Okay. Ich warte mal, ich warte hier mal gerade noch, weil da sind gerade welche nebeneinander. Und dann da runter? Ja. So gesagt. Da müssen wir wieder beide machen. Das ist gleich in den linken. Den linken? Okay. Oh, what the? Okay, 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 okay. Bleib runter. Was? Okay, nochmal. Mach wieder den rechten. So nah. Äh. Kann es halt nicht machen. Ja. Noch meinen? Ja. Ja. Beide. Okay. Schade. Wie viele Autoren sind hier drin? Keine Ahnung. Hör dir nur auf. Alle. Ja, mindestens alle. Und noch ein paar dazu. Bleiben in den Schatten und sie werden uns nicht sehen. Nicht worry about me. Just keep going. Ähm. Ich glaube links ist ein bisschen heiß, ne? Bisschen. Da, da gehen wir mal nicht hin. Da gehen wir hier weiter. Oh, was ist denn mit ihm los? Der hat schon, der wollte schon gerade hier, ne? Oh, ich gehe nochmal runter. Ich tock mich mal hier an den Felsen dran. Schlaf, Schätzelein, Schlaf. So, ich komme wieder zurück. Oh Mann, ey. Was für Klettereinlagen, ey. Ich will hier Bootchen fahren, ich will Auto fahren, Bus, Flugzeug, keine Ahnung, irgendwas, LKW. Bus. Bus, okay. Ich fahre ein sarkastisches Bus. Fahren wir jetzt einen Bus. Dann vielleicht hier lang. Und hopp. Er läuft jetzt auf jeden Fall auch, aber... Ja, klar. Ja, gut. Gut. Unten schwimmen ist, glaube ich, nicht so clever. Auch nicht. Ja, weiß nicht. Vielleicht ein bisschen viel Wasser, ne? Weiß. So, ähm, du gehst rechts rum und haust ihn um. Ich gehe links hoch und hau ihn um. Komm mir aus. Komm mir aus. Ja. 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 Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Verdammt. Da war ich noch nicht rechtzeitig da. Mach ein bisschen schneller. Noch, noch, noch mal, ja. Wie lange, du denkst, wir sind hier raus? Wie lange es dauert, um uns zu catchen, dann füge ich mich. So, warte noch. Du bist so weit, ne? Warte, warte, warte. Okay, jetzt können wir. Sehr nice. So lobe ich mir das. So. Ich flitze hier mal ein bisschen lang. Hier ist da gerade keiner. Flitzebär. Und das hoffe ich auch, dass wir da hochkommen. So, komm, mein Jung. Einmal, einmal Stiefel ins Gesicht, bitte. Oh, das sind ja nur noch ein paar mehr Cops. Oh, Gott. Hey. Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I said we take that guy out. Take this car. Cross the bridge. What, are you crazy? Don't like heights, man, okay? Tja. Du willst unten drunter durch? Du willst unten drunter durch? Okay. Ich fall schon nicht, keine Sorge. Höhen ist bei mir kein Problem. Ich bin ja auch durch den Schacht. Das wusste ich ja quasi, weil ich Kind war. Weißt du ja. Deswegen ist das alles völlig okay. Ja, ist auch bestimmt nicht hoch hier. Nee, nee. Alles gut. Ich gehe hin. Ich bin schon mal was. Glaub ich. Aber das hier unten, äh, pass auf, ne? Achtung, nass und so. Sind irgendwo noch Cops? Mich wundert, dass hier einfach niemand aufpasst. Ich mein, wir könnten ja unter der Brücke durchschleichen, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Bei dem Schärrigen Gefängnis? Wie wollte ich das? Äh, nicht unbedingt, nee. Das sieht auf jeden Fall alles sehr sicher aus hier. Ich bin nicht wirklich Fan Heights. Schau nicht, da. Okay, ich werde nicht nach unten schauen. Oh, Scheiße, ich schaue nach unten. Scheiße, Scheiße. Ah, nach unten geguckt. Oh, der Hubschrauber. Ah, Fähne, nach unten geguckt. Ein Schrauber. Lass uns in die Koffer. Lass uns hier. Ich warte. So, ich hab fertig gewartet. Äh. Äh? Lass mich raten, hier ist wieder. Gleich. Ja, toll. Das hat ja gut funktioniert. Hilf mir mal kurz bitte, mal hoch. Danke, danke. Okay. Ich würde grad weglaufen, aber... Okay. Das war keine gute Idee, wie ich da hatte. Oh, Händchen halten. Ja, genau. Ach du Scheiße. Äh. Warte mal, kann ich dir helfen? Wollt mich an die Strand hängen? Nein. Doch? Nee. Aber warte mal, vielleicht kann ich drüben irgendwas machen. Ich geh mal rüber. Ich geh mal rüber. Das kann sich jetzt auch nur noch um Stunden handeln. Hab ich vorgesehen. Ja, dann geht's ja. Dann ist okay. So, ich werde in Sicherheit. Ja, viel, 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 viel Spaß. Ganz ruhig, was ist denn jetzt? Viel Spaß, los, los. Oh. Der, der mit Höhenangst, der muss wieder über den Abgrund springen. Ja, das mag ich. Ach guck, da ist auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Rohre. Oh, da oben sind Cops. Schön leise sein. Jetzt nur, nur keinen fahren lassen. Oh, der guckt. Hey, was ist das? Komm her. Oh, Sch***. Ständig. Ständig, Röder. Over there. Ich kann das tun. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich glaube nicht so. Es ist ein wirklich großer Treffer und die Wurzeln in der Wasser sind zu stark. Wirklich? Verrückt mir, ich habe hier seit Jahren hängen. Jetzt auch ein Ehering. Das wäre schön. Komm her, Junge, Junge. Das ist der Weg raus. Wir sollten diesen Locken verbrechen. Ja, genau. Guckst du mal, ob du was findest? Ja, was hängt schon mal. Das sollte die Tür öffnen. Ah, das ist ja praktisch, dass da gerade... Ne, 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 ne Axt ist zufällig, ne? Das ist... So. Der Schädigstreiter kommt. Hau mal schreit. So, hau kaputt, das Ding. Hahaha. Ne. Das hat, die haben echt alle nur so zwei Autoschlösser, ne? Von Ikea. Das ist. Dein Wunder, danke. Aus Sicherheit wird hier nicht so sonderlich groß geschrieben. Scheiße. Da ist ein Guard. Bezahe. Hau ihn um. Pusche. Pusche. Pusche, pusche. Komm mal hier lang. Lass uns keine Chance nehmen mit dem Kumpel. Es muss noch einen anderen Weg nach dem. Achtung, dann sieht es ja aus. Stimmt, ja. Willst du ihn vorher kaputt? Ah, hehehe. Ah. Hehehe. Hehehe. Okay. Warte, du musst groß. Ja, okay. Deswegen ist das, was wir hier so brauchen. Ich verstehe. Ja, ja. So, warte. Er guckt ja aber auch nur darunter, ne? So, gute Nacht. Schlaf ein bisschen. Du kannst. Sei es, hol mich. Stop right there! Down on your knees! Ich glaube, der Schlaf holen soll noch mal sein. Häh! So, ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss den Backup bitten. Wir werden ihn ziehen, um ihn zu verkaufen. Ähm. Eile, solange der Bike nicht voll ist. Ja, eile mal, eile! Oh. Du bist nicht so ein Typ, der schießt auf unser Mann in der Back. Lauf, 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 lauf. Ja. Oh. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Ich bin okay. Okay, lauf! Die sehen böse aus. Er ist hingefallen. Okay. Lauf, lauf. Oh, ich hab ne Spalte. Ich hab den richtigen Weg gewählt. Oh, ich glaub der ist trotzdem noch hinter mir. Hallo, ich bin wieder da. Au, 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 au. Der beißt mich. Ich rutsche. Ich bin schlecht auf dem X. Warum eigentlich immer ich? Okay. So, zack, ab dafür. Gib ihm. Ja, ich hab mich ja schon. Warte, treffe ich hier. Warte mal, ich geh noch bisschen nach rechts. Was? Halt! 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 Fang mich! Halt! 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 Er sagt, dass es nicht. Es ist zu viel risiko. Der Preis muss sich aufbauen. Das wird nicht passieren. Aber es wird nicht passieren. Harvey, ich muss mit dir sprechen. Entschuldigung. Entschuldigung? Das ist wichtig. Du musst das hören. Schau, schau die Behandlung, oder stopt auf meine Zeit. Okay? Ja. Was ist passiert? Leo wurde aus der Prism. Was? Ich habe gerade den Behandlung. Ist er nicht zu sein? Der Mann hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Entschuldigung. Entschuldigung, Boss. Schau, Schau. Du musst ihn finden. Okay? Ja, aber ich bin nicht sicher, dass die Mannen wir jetzt haben... Das ist mein Problem. Du musst ihn finden. Du verstehst? Ich weiß nicht, wie es passiert. Du musst es passieren. Ja, Boss. So, du entscheidest? Ja. Preis aufbauen oder nicht. Okay. Okay. No deal. Ja, so kann man es auch machen. Wenn der alle seine Geschäftspartner schießt, ne? Kannst du auf den Mediamarkt werden. In Europa no deal. Ja, also ich hätte gerne 4K, 70 Zoll Ultra HD Fernseher, ne? Und so. Oder kostenlos, bitte. Das ist der 9mm Rabatt. Genau. Effizienter als der 5 Finger Rabatt. Genau. Auf jeden Fall. Die Aussicht ist ja schon ganz schön, ne? Also so ein bisschen lagervoll, könnten wir schon machen. Auch jetzt mit dem Zelt und so, ne? Ja. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse. Aber ich würde es definitiv essen. Ja. Auf jeden Fall. Lass uns gehen. Wir sollten etwas finden, auf dem Weg. Ja. 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 Ich werde dich wissen, wenn ich einen Burger-Joint find.